Los Wo ist denn das nächste Fenster an deinem Zimmer? So ein paar Meter. Okay, nimmst du dein PC-W-Sinn heraus und denkst du dir gar nicht mehr dran, neuen zu kaufen, ja? Ja, aber Digga, LAN-Kabel hängt noch dran. Was für LAN-Kabel hängt noch dran, Alter? Digga, ich muss das ganze abstöpseln, Alter. Na, pass auf, dann gehst du hin, dann stöpselst du die ganze Scheiße ab. Junge, ich bin laut dir so ein richtiger Fettsack, also... Du bist ein Fettsack, du hast Thrombose-Strumphal. Du bist doch hier so muskulös, Alter. Was für muskulös, du bist ein Stück Scheiße. Du bist ein Fettsack, der den ganzen Tag CSGO zockt. Und dann Leute, die runter machen, die nicht so viel können wie du. Und das ist traurig. Aha. Aha. Noch irgendwas zu sagen, oder? Ah, Digga. Ja, Junge, quitzst du. Ey, mir platzt echt das linke Ei, Alter. So Leute wie du, weißt du, sie denken jetzt schon, weißt du, ich weiß nicht, welche Klasse bist du? Ja. Zehnte? Zehnte. Ja, siehste, ich auch zehnte, ja. Aber du denkst wahrscheinlich jetzt schon, du hast es geschafft, ne? Ja, das reicht mir aber, ja. Machst du Gymnasium? Äh, Gymnasium machst du ja schon. Machst du Gymnasium? Ja. Du bist so ein richtig möchtigeren CDU-Wähler, Digga. Aha, ah, ah, ah. Also bist du so diese AfD-Wähler? Nein. Flüchtlinge raus. Merkel, Reifen. Äh, nichts ging. Keine Ahnung, ey. Nee. Ich finde es aber nur traurig. Ah, ja. Dein Leben ist traurig. Weißt du? Deiht sich in CSGO, Alter, was soll denn der Scheiß? Wo ist mein Leben traurig, Digga? Wo ist mein Leben traurig, wenn du Fettsang bist? Junge. Junge, die Spitzel ist gone fresh, bei dem Game. Junge, es ist ein verkacktes Spiel und schießt, als ob es dein Leben so unterhalb wäre. Ja, Junge. Deshalb sagst du auch, weißt du? Ja, ja, ja. Ich hab dich mit der Digga richtig zerstört. Ja, Junge, ich zreck dich einfach. Und ich hab gemerkt, ich bin der Digga als du mit normalen Waffen. Ja, ist ja leckerlich, ne? Also wenn, nehm ich das Spiel ernst. Ich nehm das Spiel nicht ans Spiel Digga. Deswegen heißt ich auch Digga, Dude, weil ich das Spiel nicht ernst nehme. Hast du ein Männerkonto? Hm? Ist es dein Männerkonto? Vielleicht. Der hat auch kein Geld, um sich ein zweites Mal das Game zu kaufen, Alter. Ja, keine Ahnung. Brauch ich nicht. Ach so. Hab ich mich nötig, ja, ich bin auf dem Gymnasium. So klingst du wirklich, genau so klingst du. Ich weiß. Ich hab's geschafft. Du hast es geschafft, genau. Mhm. Dann warte mal, bis die Bewerbungen losgehen. Welche Bewerbungen? Ja, die Bewerbungen. Wie ist die Praktikum? Ich hab ne Empfehlung. Ja, weißt du was für eine Empfehlung hast. Du hast gar keine Empfehlung. Du hast gar nichts. Lava's hier. Lava's hier gerade, weil du es kannst. Weil ich nicht nachweisen kann, dass du eine hast oder nicht. Deshalb laberst du es. Warte, psch. Was macht der gerade? Wer noch nicht? Wer noch nicht? Warte, psch. Warte, psch. Das macht der gerade. Dann starten wir halt. So. Fika ist back. Oh. Fika is back, Alter. Ey, wenn ich sowas schon wieder höre, ne? Der Fika is back. Loll. Weißt du? Wenn... Warte, ich zitiere. Vor allem im direkten Kundenkontakt hat uns Herr mhmhmhm überzeugt. Mit seiner offenen Persönlichkeit und seiner natürlichen Freundlichkeit hat er Kunden und Kollegen gleichermaßen für sich eingenommen. Sein Auftreten war einmal höflich und stets vorbildlich. Hm. Und sowas bekommt... Sowas... So ein krasses Schreiben bekommt man auf der Reeperbahn, oder was? Reeperbahn? Wohnst du da? Ne. Aber wenn du irgendwie was von ähm... Geografie wüs... ähm... Können wüs... Warte. Warte, wenn du... Wenn du... Wenn du ein bisschen Ahnung hättest von äh... Deutschland und deren Städten... Aha, ja. Wüsstest du... Wo die Reeperbahn ist. Hm? Ja, sag mal, komm, du bist Gymnasium, du weißt es. Pfff... Wahrscheinlich passieren wir auch. Warte, fack. Warte, fack. Warte, fack. Gymnasium. Warte, fack. Warte, fack. Warte, fack. Offen schönes RAW merkel. Kannst du ein dreckiger Kuchen so? Ich hoffe, du passiest irgendwann mal die Giftspritze. Flavor los, wenn du in Amerika Urlaub machst. Hm. Ich faço schon in Amerika. Ja. Ja, ja, rät weiter. Komm, komm. Ich hoffe einfach, dass du irgendwie grausam stirbst. Alleine. Okay. Ich komme jetzt von jedem Straßenküter auf der... Mhm. Auf der gesamten Welt einmal angespuckt, angerofft und ... ...vom interessanter Fleisch bis zum The Beck nicht mehr. Komm, hau noch n bisschen mehr raus, Alter. Ist viel zu wenig. Viel zu wenig? Ja, ja, komm. Sei nicht so lieb zu mir. Hab ich nicht nötig. In Realschule. Realschule. Du denkst jetzt, du weißt was Besseres. Guck mal, jeder Schwastin kann ein Gymnasium machen. Aha. Ding ist, ich bin auch... Aber bei dir hat es ja nicht gereicht. Ich geh auf die Realschule. Ja. Ich hatte tatsächlich sogar Gymnasium-Empfehlungen. Aber ich wollte nicht aufs Gymnasium gehen, weil ich ganz genau wusste, wenn ich da hingehe, hab ich... Was du zu dumm da verbißt. Ey. Ja, aber das Ding... Allein schon die Tatsache, dass du mir reinredest, zeigt einfach, dass du keine Erziehung genossen hast. Okay. Wenn du meinst. Ja, ist einfach so. Ich geb mir so einen Marsch vorbei, was du sagst. Das ist schon der kleine... Ja, das ist mir auch klar. Aber es juckt mich. Na gut. Dann verbiß dich mal bitte vom TS, ja. Du hast mir nichts zu sagen. Ich hab dir nichts zu sagen. Bann mich doch. Nein, nein. Nee, lass... Nee, brauch ich nicht. Ist so okay. Dann ist ja schön. Äh... Äh... Blablabla. Komme ich die Aufnahme noch? Hier? Äh, Merkla? Ja? Das ist... Ja, was ist? Immerwissen. Was? Was? Du traust mir nicht, oder was? Was? Ey, du bist echt... Was soll ich denn sagen? True. Oder warst du das True? Was war ich? Ey, ich fäddich auch einfach alle. Er hat keine Atmenrechte mehr. Achso, was? Er hat keine Atmenrechte. Einziger Deutscher. Einer hat den Atmenrechten, genau. Ich hab's für die Atmenrechte. Das war locker Kiwi, Alter. Äh... Warum hat... Warum hat Kiwi eigentlich in deinem Room-Channel-Atmen? Wollt ihr euch das wissen? Irgendwie hat das so verkackt, dass jeder reinkommen kann. Das ist auf non-Ranks. Ey, warum kommen... ...uhrensöhne rein, Alter? Weil immer noch die... ...spielernir-Funktionen an ist. Ja, ey, was ist mir gerade aufgefahren? Oh, Freunde. Äh, äh... Pfff... Ey, was? Fenton. Hier zockt doch eh keiner mehr, Mann. Doch, die zwei kommen jetzt gleich. Nein. Doch, ey, Quenenen, mach ich's. Quenenen. Fick euch alle, Alter. Ach, du, ist ich die salzige Art, jetzt komm einfach. Nein, ich mach jetzt hier gar nichts mehr, Junge. Ich geh gleich auf. Ey, dumme Stück Scheiße, Alter. Ich bin salzig, wenn man... Ja, salzig, wie immer, Digga. Ja, Junge, oh, fuck. Du bist ja mal ein Stück Scheiße, Mann. Pfff... Wallay. Aha! Du Wichser. Okay, warte. Gott, war das einfach. Salé.